Grüß dich, Erich. Moin, Dave, Sam. Ich wollte dir gerade den Finger in die Nase stecken, aber irgendwie ging das nicht so gut. Zack, jetzt! Ah! Zack, fast. Your hunt has begun. Welcome to the hunt. Bei mir lädt's noch, oder? Echt? Ja. Cheat. Bei mir stehst du schon hier, im Schnee. Und pass mal auf, rechter, schwere Angriff. Oh, shit! Da kommt ja was raus. LOL! Nice! Mega nice! Eins, zwei... Warte mal, mit Taps ist es die Kombos? Uh, er will auf den Spangen. Vorsicht! Ich hab seinen Schwanz dreimal rischt. Er will mich essen! Hilfe! Taps ist ein, zwei... 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 Willkommen zu Dauntless, ganz neues Game, springt so ein bisschen auf den Zug von Monster Hunter auf, momentan ist ja Monster Hunter in der Endphase der Entwicklung mit PC und Konsolen und Dauntless wird rauskommen als Free-to-Play-Titel. Wir gucken rein, let's go. Hallo und Willkommen zu Dauntless-Bana. Ich bin alle hier in Phoenix Labs. So, dann gehen wir nochmal auf die Skinny. Ich glaube, hier hätten wir was übersehen. Ja, genau, Hairstyles. Ja, Herr-Color erstmal. Außerdem finde ich erstmal am coolsten. Den nehmen wir auch. Spiked. Leil, Weihnachtsmann am Start. Harlekin, alter, geil. Das ist so nice, ne? Können wir nehmen. Safe. Safe to Slayer and Begin Advancing, yes. GG. GG. Welcome to Dauntless. Dauntless heute wird getestet. Wir sind hier mit Dave unterwegs. Da ist er, guck mal hier. Da ist Dave, man. Dauntless ist praktisch, wenn man sagen möchte, Monster Hunter ist das PUBG, dann ist Dauntless das Fortnite. Also praktisch Monster Hunter in etwas einfacherer Grafik hier. Ihr seht, das ist alles diese Comics-Ziegehaltung. Das ist wie Fortnite. Das ist echt ein schöner Vergleich Fortnite zu PUBG. Wie Dauntless zu Monster Hunter. Und es wird kostenlos rauskommen. Im Gegensatz Monster Hunter ist das dann Free-to-Play. Ja, Finger an die Nase. Hier, Finger an die Nase. Hier, Finger an die Nase. LoL! Nochmal. 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 Nochmal, komm. Supergeil. Grüß dich, Erich. Moin. Dave, Sam. Ich wollte dir gerade den Finger an die Nase stecken, aber irgendwie ging das nicht so gut. Da geht's! Ich hab gerade im Spiel gesagt, wir haben ein Tutorial, langweiligen Fahrt, alles hinter uns gelassen. Und haben voneinander unabhängig zwei Charaktere erstellt, die unheimlich ähnlich aussehen. Mega, krass. Das war echt purer Zufall. Wir treffen uns und plötzlich sehen wir absolut gleich aus. So krass. Man hat so viele Möglichkeiten zum Einstellen, ne? Und trotzdem. Das ist das Hammer. Ah, übrigens, hier, wenn du durch den Schnee läufst, ne? Du hast richtige Schneegeschampfe hier. Mir noch gar nicht aufgefallen. Da, wo der Schnee liegt. Nicht gut gemacht. Ja, ja. Mega nice. Auf dem Stein nicht, ja. NoLina fragt, Mobile-Game oder für ein PC? Ist für ein PC, aber auch für Konsole. Kein Mobile. PC und Konsole. Kein Handy-Game, ne. Die Beta ist leider nicht kostenlos, Traitor. Beta nicht. Außer ihr kriegst ein Key geschenkt, wenn du Glück hast. Ich bin richtig so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Häuschen hier. Zu den Dokumenten, genau. Da würde ich sagen, ist unser Job. Ich drücke dann Find a Huntress party. Let's go. Your Hunt has begun. Welcome to the Hunt. Bei mir lädt's noch, oder? Echt? Ja. Cheat. Bei mir stehst du schon hier, im Schnee. Damn. Hey, nice. Ich hab die Waffe jetzt. Guck mal hier. Wer macht beide Hände? Links, rechts, links, rechts. Und ein Dreckangriff. Sieht schon nice aus. Und pass mal auf, rechter, schwere Angriff. Oh, shit. Da kommt ja was raus. LOL. Nice. Mega nice. Eins, zwei. Warte mal, mit Tab 6 die Kombos. Links, links, rechts, links. Okay. Links, links, rechts. Oh, hier, die greift uns an. Verteidigung. Beteidigung. Erwischt. Lass jetzt mal testen, ob wir das beide nehmen können. Den nimmst du erstmal? Ja, hab ich. Bei mir liegt's auch nicht. Nice. Bei mir ist es weg. Okay, cool. Guck mal hier, Vollmond, Leute. Ah, schön. Schön gemacht, ja. Hinten die Bäume, wenn du mal guckst, das ist sehr, ähm, einfach gehalten mit den Farben, ne? Dadurch kommt so ein gewisser Effekt, finde ich. Ja, ja. Eine schöne Art Effekt. Und auch, äh, die Polarlichter, wenn du mal rechts hoch guckst. Hinter dir. Ja. Oh, nice. Oh, nice. Unwichtig. Die Polarlichter. Guck dir kurz mal. Gut, äh, sehen wir irgendwo, wo wir hin müssen? Nee. Ich glaub, das ist einfach wieder so ne Insel. Wir müssen erkunden und was sonst da finden. Okay. Bei Norden. Der Gegner? Ja. Oh, ja. Ich erinnere mich ein bisschen an Dinosaurier. Ja. Ähm, jetzt so ein Dinosaurier-Kartenstil. Äh, diese flachen Dinger. Ja, also mit dem fetten, fetten Panzer. Ja. Ja. Okay, es geht los. Kampfgeräusche. Ich guck, ob ich Fallschaden kriege. Kein, kein Fallschaden. Ich hab versucht, hinten den Schwanz abzuhacken. Ja. Ja. Schwere Angriffe gehen raus. Oh, 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 oh. Hast du einen Treffer? Ja, ich bin auch fast in das Kuchen. Uh, er will auch nicht bein. Vorsicht. Ja. Ich hab seinen Schwanz da immer erwischt. Er will mich essen. Hilfe. Lol, ich brenn immer noch. Ich sterbe. Ich sterbe? Ey, ich wär fast gestorben. Du bist down. Ey, das war so einfach und jetzt sind wir beide down gegangen mit einem Feuerangriff. Ja. Lol. Ich muss ihn irgendwie da weglocken. Der ist ja direkt über dir. Wirf bei dir einen Countdown oder irgendwas? Ne, irgendwie geht mein Meter wieder voll. Ich glaub, ich komm zurück. Okay. Jetzt bist du aber rot. Das sieht nicht gut aus. Ich glaub eher, du stirbst komplett. Ja, ich sterbe halt komplett. Ja. Komm, ich helf dir. Ah nein, nein, nein. Weg. Okay. Nice. Ich leb wieder, Leute. GG. Wo bist du hier? Ja genau, lass mal Abstand nehmen. Okay. Ist gar nicht so easy, wie ich so anfangs dachte. Der macht halt jetzt mehr Angriffe, ne? Komm, von beiden Seiten. Er verfolgt mich. Du kannst auf den Schwanz. Er ist hinter mir her. Oh, der ist hinter mir her. Ja. Okay. Ich hau gut, ich hau gut. 400 Schaden, nice. Schwanz ist ab. Nice. Oh, jetzt will er mich. Oh, da ist das nur ein Teil. Da geht doch noch mehr. Ich geh nochmal hinten drauf. Alles krass mit dieser Waffe. Oh. Ich hab nur noch einen Heiltrank. Scheiße. Er verfolgt mich wieder. Ähm. Wenn er das nächste Mal mich verfolgt, nehmen wir diesen Wald hier. Vielleicht fällt er dich. Knapp drauf. Feuer? Ich hab halt die Mega-Range. Ich muss echt die Range halten. Oh, ich bin voll. Ich hab Feuer. Ich gebrenzt. Er ist down. Nein. Oh, oh, oh. Loll. Ist er tot? Er hat Feuerspalt. Der, 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 der Spalt kann man nicht mehr benutzen. Der ist auf der Fall. Ich nehm nochmal einen Heiltrank. Äh. Ich glaub sein Bein lahmt. Oder auch nicht. Loll. Oh, 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 oh. Ich geh mal hinten ran. Was ist das für ne Blume, die du da anzapfst? Das war irgendein Lug. Hat nicht geheilt. Nice. Ich glaub wir sind jetzt in der letzten Phase. Glaub ich auch. Phase 3. Oh, Magma. Ich glaub wir haben ihn gekillt. Oder? Ja, das sieht so aus. Ach, das war er. Das war sein Blut. Nice, Leute. Yes. Wir haben einen GG raus. Airship Q remaining. 20 Minuten. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Nein, er spawnt woanders. Wir müssen ihn suchen. Oh, lol. Der ist abgehauen. Oh, lol. Okay, dann geht die Suche weiter. Kampfgeräusche gehen dann. You suck! Äh, warte mal. Lass mich mal ran. Und du heilst dich in den Spalt. Dass ich den Aqua ziehe. Weil du hast fast gar keinen Druck. Ja. Wo siehst du den? Ah, da ist der Spalt. Okay, ja. Lass mich Aqua ziehen. Dann kannst du dich erstmal heilen. Ja. Ja, er geht auf dich. Okay. Ich glaube, er ist immer noch bei mir. Ne, er ist nach dir jetzt. Ich glaube, ich konnte es nicht ziehen. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier ist. Ah, der wird aufs Game. Der will dich finishen, Leute. Der will mich echt finishen. Wie wir beide uns schon gefeiert haben. Ja natürlich. Ich habe gedacht, der ist da. Was ist da? Los geht's. Ja. Headshots. Oh, ist er down? Nein. Fällt aber was aus. Ja, Slame. Ja. Ja. 15 Minuten haben wir den gebraucht. Nice. Guck mal, Danger war richtig gefährlich. 54%. Ja, habe ich auch. Alter Schwede. Nice. Nice. Easy. Easy win. Ja, nice. Wie kann man nur 5 Tränke dabei haben? Man muss lernen, allem auszuweichen. Ja. Das war unser erster Gegner. Unser erstes, Leute. Slayer. Ja, Moin Leute. Trimax hier. Trimax. Trimax. Tschüss. So might dat. What, what were you next ever?